Spendt ihr ganz? Schau mal. Sind die vorher auch schon da gewesen? Weiß ich nicht. Wo kommt's denn ihr her? Wir kommen aus der Großstadt. Wir sind zwei Rock'n'Roller. Genau. Wir waren die erste Staffel Dancing Star. Ich mein, eher so wie so beim Tanzen der Totals Ass. Total. Das glaubst du uns nicht? Dann werden wir eine kleine Episode aus unserer Jugendzeit erzählen. Das waren die goldene Zeiten. Das waren die goldene Zeiten. Das kannst du dir nicht vorstellen. Es war schon lässig. Ich mein, jetzt geht's aber bitte. Start an, Alter. Warte ein bisschen, Lieben. Ich bin ja da noch nicht. Ich mein, tut das so leicht. Was hat denn der da gemacht? Der hat mir einen Knopf rein gemacht. Das gilt nichts. Was ist denn los? Der hat einen Knopf. Ah, jetzt geht's. Danke. Das sei nicht kompliziert wie immer. Also bitte, wie war das damals? Die Mietzi und der Bulli, also das bin eh ich. Ja. Und der Charlie. Ich war dabei. Und die Wilma. Genau. Waren da beim Rock'n'Roll bei einem Bub von unserem Hausmeister. Da haben wir die Kisten gleich so zusammen geschoben. Mit einem Parawan. Und dann hab ich gesagt. Hörst du? Schule. Drei Dekramme von auf. Gehen wir es an. Das war eine lässige Zeit. Erst. Der Bull, der schuf die Mietzi her. Na sehr, was ist denn, der hält schwer. Der muss am Bürstel stehen und am Brot a ring. Der erste Bullen muss ihn schlägt mit fünf Kilo drin. Lieber nicht, lieber nicht, weil ich bin ja kein Athlet. Na, du lieber Bulli Ma. Die gestachte Wilma. Hörst du bitte Gleisen? Nezibar. Nezibar. Die wiegt noch vierzig Kilo samt der Haut. Die spät mir gar nicht, wann was umanander hat. Wenn's nicht schwerer wird, ja, da wird sie meine Braut. Ja. Rock, rock, rock. Wilma, ich hau dir jetzt immer's knack. Hörst du, das ist direkt der Kurzgenuss? Ah, du vertraust mir meinen linken Fuß. Soll geht's schleife die meisterlich Knopp überm Boden vorbei. Hoffentlich ziegst du kein Skifahr ein. Was war des wie a Bumpara? War des vielleicht ein Nosenpaar? Da ist der Zimperliche, hab ein Trick probiert. Dabei hat's mit der Nosen über die Erde radiert. Jetzt ist die Wilma noch gaut und morgen brauch ich eine neue Braut. Die erste Braute hat der Charlie zusammen gestaucht. Die zweite Braute hat sogar eine Rettung gebraucht. Die dritte hat beim Rock'n'Roll ihr Lehm ausgehaukt. Und die vierte, die ums Läuschen müssen, so hat's graucht. Jetzt hat der Charlie eine gesunde Braut. Sie bleibt stabil, wenn er's drüber haut. Als Rock'n'Roller is' mir wert. Kann's Puppen schupfen, greiz und quer. Über derd, über derd fliegt sie verdraht und bläht. Und so geht's Stock auf Stock ein. Denn Charlie macht's kurz und klein. Und er denkt jede Nacht ganz sehnsuchtsvoll. An seine Wilma und an seine Toll. An den guten, neuen, sanften Rock'n'Roll. AT ARPDWow measuring Hörst das wollen? Das war unsere goldenen Zeiten. Und heute mit uns an's Schüli. Bist du Tepper, unser Lation, Danke Schüli. Servus Schule, bis zum nächsten Mal. Dann darf man nacharbeiten, so geht wie bei der Bete. Na Bete, nicht? Ja. Nicht so fort, er ist schon weg, ja. Das war, ich mein, alt sind wir jetzt auch noch nicht. Wir sind lang noch nicht bald, machen das, was uns gewollt. In Bernda wärmer Plattler gnaunt, heut schau ma Madln an am Land. Bei der Spira, wo man's gmölt, uns hat langer Frau schon gefühlt. Jo jo, jo jo, wegen der Liebschaft sind wir da. Jo jo, jo jo, wegen der Liebschaft sind wir da. Und am besten wär Liebschaft natürlich mit Liegenschaft. Jo, auch nicht schlecht. Und ganz klar, es war natürlich heut die Kombination eine mit Leidenschaft, die aber keine Leidenschaft. Darf ich mir kurz vorstellen? Ich bin der Charlie aus dem Gemeindepaar. Meine Augen, schau schau, die sind heut wieder blau. Ich bin der Charlie aus dem Gemeindepaar. Der Charlie, bitte! Und ich, ich bin der Boedi aus Favoriten. Mein letzter Freund, wenn ich kurz ausschweifen darf. Ja. Die Kop-Pop hat die Kopfs so schöne, fast wie aufgespritzte Lippen. Ja. Nur beim Küssen war ich fast bedroht vor einem plötzlichen Erstickungstod. Und die habe ich dann gezwungenermaßen sitzen lassen auf der Maria-Hüfer-Straßen. Und die habe ich mir vor kurzem sagen lassen, sie kann es bis heute nicht fassen. Ja, vielleicht werden wir da so ein liebes Fräulein kennen. Ich sag nicht, da ist auch so ein blunder Inni und die Gfoll hat mir herrscht. Ha? Also so, ist er dabei. Geht nicht. Also, das Gfoll hat mir schon, so wie der Andi singt. So ein liebes Rehlein mit himmelblauen Augen, hab ich schon öfter gesehen. Sie hat mich angelacht, um den Verstand gebracht. Und schon war es um mich geschehen. Schau alle hier auf den Dramen. Da erzähl mir gescheiter von unserer spektakulären Reise von Wien einer. Bitte, so eine Fahrt wünscht sich sicher keiner. Aber du sagst immer, ich war schuld. Ja sicher, genau. Jetzt was du sagst, du warst schuld. Es hat nichts gekostet. Halt die Luft. Ja, gekostet hat es nichts. Okay. Mit der Mühle g'samma einer g'formt vom Stadtteil Favoriten. Hinten stinkts und vor dich stinkts. Wir sind g'sessen in der Mitten. Der Wein war aus, der Schnaps war leer. Und keine Zigaretten mehr. Ich hab kein Oil noch in der Taschen. Wie kommen wir zu einer Pfuh in Flaschen? Aber bitte nicht zu irgendeiner. Denn es muss der Wein sein, dann sind wir nie allein. Aber was meinst du jetzt? Ja, bei den Frauen ist es wie beim Wein. Es soll halt kein saurer Uhu-Jahrgang sein. Aha, aber wir haben jetzt keines von beiden. Hörst du, Kapazunter? Wer mal munter? Spinnst du? Sag mal, du Trottl. Jetzt hör mal auf mit den Zwicken. Zwickst du mich? Zwickst du mich? Ich mein, ich träum. Das darf nicht wahr sein, wo sind wir daheim? Zwickst du mich? Ganz wurscht wohin. Ich hab's auch gespürt, wenn ich angesoffen bin. Aber hör doch einmal auf mit dein Zwickl. Könnt ihr bitte schon irgendwer reinpicken? Danke. Jetzt ist mir klar. Es ist wahr. Du stell dir vor. Was ist wahr? Stell dir vor, wie wir da mit dem Müllecks Taxi reingefahren sind. Ja. Der hat diese Kurve da bei der Schalkschikane, die hat's schnell genommen. Ja. Der Trottl uns hat's den Boden weggerissen. Ihn so hat's abgeschmissen. Wir waren sozusagen damit auch gleich entsorgt. Und klar und sind wir auf der Palettenterrasse von dem Tschecherl da. Bei dem hat ich Tschecherl. Das heißt ja, das heißt die Kabarettkaffee. Das weiß ich eh. Ja sicher. Der ist ja bekannt für so einen guten Ripperl. Ja. Und wenn er ab und zu in der Früh heim geht, fahrt er auf ein Tipperl. Ja. Ja. Aber sein Freund ihn bittet, die läuft wie ein Wieserl. Und er im Gegensatz ein Bieserl. Du, wie wir mal wie da in Dorfkaffee, also Dorfkaffee sag ich bei dem Dorf, wer drin war. Ja. Stell dir vor, bitte, der Wirt des Leinwand, der hat seine Registrierkasse, musst du denken, in der Hosentasche platziert. Also der Typ hat's kapiert. Und das war nicht ohne. Du arbeitest ja drüben im Tomskaffee mit dem gleichen Schmäh. Das weiß ich nicht. Aber das Eck ist gefährlich. Das kommt mir vor wie das Bermuda-Dreieck. Ja. Da sind schon viele mit einem schönen Flieger untergegangen. Ja. Aber wie ich da bei dem Dorfwirt war, stell dir vor, hab ich den Bürgermeister von St. Margaretten kennengelernt. Schau. Ja. Der riecht noch ganz neuch. Und ist aber jeden Event dabei. Das ist wie so ein Leinwand, der Haver hat mir gefallen. Ja. Hab mir ein bisschen geplaudert, stell dir vor, hat er mir gleich eine... Was denn? Eine Gemeindewohnung angeboten. Nein. Ja, stell dir vor, für nächsten Sommer eine Seekabine bei mir zu Teich. Super. Hat er gesagt, kostet fast nix. Ja, ist das schon fix? Ja, ich denk schon, aber angeblich... Naja, ich mein natürlich, ich werd ihm ein bisschen was dazu verdienen. Ja. Ich geh halt als Lehrer, denk ich mal. Das ist schon lässig. Die werden immer gebraucht. In Wien war ein Kübelhauslehrer. Ja, du, dass ich nicht lach, hörst du, das holst du nicht aus. Super, die Gemeinde. Haha. Was machst du lustig über die Gemeinde? Ja, aber die tun ja eh nix. So war's lach. Wieso hab's denn jetzt gelacht? Na, so ist es auch nicht. Das war vor 20 Jahren. Aber jetzt noch, Herr Bürgermeister, wenn der Herr wird, der Herbert, da schaut's anders aus. Mein Leber. Ja, und da hast du auch irgendwelche Vorstellungen? Ja, und ich hab mir gedacht, ich werd auch da bleiben. Ich werd mich bewähren als Bademeister. Bei mir zu Teuch. Aha. Das wär lässig. Ich seh schon das Schild. Attraktiver, braungebrannter Bademeister. Charlie heißt der. Wird's umstellen. Ja, super. Und die Puppen werden schon anfahren, hörst. So schaut's aus. Das ist super. Angeblich haben sie ja für nächsten Sommer schon ein Bus voll Wiener Bade Nixen angekündigt. Ach so. Du, ich hab das Gefühl, ich sag das gleich, da ist sicher die Luna Jack dabei. Auf der grünen Wiese hab ich und so weiter. Ach so. Ja. Spannmaßnahmen greifen schon. Ja. Aber ist das nicht super? Jetzt sind wir erst so kurz da immer geredet und haben schon die tolten Zukunftsperspektiven. Ja. Wird's bald doch voll zwar besser als in Wern. Wir werden länger da bleiben, hoff sie nix dagegen. Ich hoff ihr lieben Pumperl, hoff wird uns erfreut. Und unsere Wernerkumpel, ui die Fristerneid. Und unsere Wernerkumpel, ui die Fristerneid.